Das 2. Mai-Wochenende stand an der Motorworld-Region Stuttgart ganz im Zeichen amerikanischer Straßenkreuzer, chromglänzender Oldtimer, Motorräder und V8-Motoren. Es war das Wochenende der American Power, bei der der American Way of Life ganz und gar ausgelegt wurde. Alles, was die amerikanische Fahrkultur zu bieten hatte, sammelte sich auf den Wiesen bei der Motorworld-Region Stuttgart. Darunter einige kraftgeladene Mopa-Musclecars und hervorragend gestaltete Hot Hots. Die Besucher fanden in jedem Fall ihr persönliches Fotomotiv. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Natürlich kamen auch die Harley-Davidson-Fans auf ihre Kosten. Unterhalb des Towers sammelten sich unzählige Biker mit ihren hochglanzpolierten Exemplaren und warteten auf die Demonstrationsfahrten. Vor den Hallen der Motorworld war für Kulinarik und Lifestyle gesorgt. An den Ständen konnten die Besucher das ein oder andere Mitbringsel finden. Noch mehr zu sehen gab es auch in den Hallen der Motorworld. Edelkarossen wetteifern hier mit Alltags-Oldies und Sportwagen um die Gunst des Publikums. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017